Hi Leute! Ja, der nächste Monat ist schon wieder rum. So langsam nähert sich das ja echt schon am Ende. Aber im September habe ich auch nicht ganz so viel gelesen, muss ich gestehen. Denn momentan ist bei mir einfach nur Prüfungszeit und das zieht sich jetzt auch bis Mai noch durch. Ich habe jetzt im September eine geschrieben. Okay, im Oktober schreibe ich auch nur eine Klausur. Aber im November und Dezember sind es vier Klausuren und dann kommt im Februar, März, kommen noch Projekte und dann schriftliche Abschlussprüfung und ich bin nur noch beschäftigt im Endeffekt. Aber ja, ich habe dennoch ein bisschen was gelesen und auch ein bisschen was geschaut. Und vor allem habe ich ein Spiel gespielt. Besser gesagt so noch ein halbes dazu oder so. Aber was genau, das erzähle ich euch jetzt. Ja, fangen wir jetzt mit dem Buch an, das ich auch beendet habe, wo es auch schon eine Rezension zu gibt, beziehungsweise eine Buchbesprechung. Und zwar Zurück nach Holly Hill von Alexandra Pilz. Das ist ja Band 1 aus dieser Trilogie. Und ja, was soll ich sagen, wenn euch interessiert, worum es hier geht, dann da oben. Buchbesprechung bereits online. Wie gesagt, Buchbesprechung ist ja immer eher spoilerfrei. Also wenn ihr das Buch noch nicht kennt und wissen wollt, dann könnt ihr da. Und wenn ihr es doch schon gelesen habt und meine detaillierte Meinung wissen wollt, kommt danach. Gibt es alles in einem Video. Ja, hat mir für den Fall gut gefallen. Ich möchte die anderen Bände auch noch lesen. Das ist ja hier so ein kleines Teilreiseabenteuer. Ja, mehr möchte ich hier auch eigentlich nicht zu sagen. Das war im Endeffekt das einzige Buch, womit ich mich so richtig auseinandergesetzt habe. Eine Sache habe ich immer in der Buchbesprechung aber vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte. Denn das hier ist in der dritten Person geschrieben, was ich manchmal ein bisschen verwirrend finde. Weil wenn dann irgendwie kommt sie, sie, dann weiß man immer nicht genau, welche sie ist jetzt eigentlich gemeint. Das habe ich noch vergessen in der Buchbesprechung zu erwähnen. Aber das ist wie gesagt so mein großes Septemberbuch gewesen. Ich habe aber auch noch zwei Bücher zugeschickt bekommen als Rezensionsexemplare. Und eins habe ich jetzt auch schon im September angefangen. Und zwar ist das hier gerade mein aktuelles Buch. Und zwar Scherben der Dunkelheit. Und mir gefällt es momentan richtig gut. Ich bin, glaube ich, gerade so fast bei der Hälfte. Habe es leider nicht mehr im September geschafft, obwohl ich es dachte. Aber nein. Deswegen mehr davon werdet ihr dann im Oktober erfahren. Aber bis jetzt finde ich es gut. Und ein anderes Rezensionsexemplar ist Gros Hotel Angst von Emma Garnier. Und hier geht es auch irgendwie um ein Ehepaar, was im Jahre 1899 Flitterwochen in Italien machen möchte. Und in dem Hotel passieren irgendwie ein paar merkwürdige Dinge. Und irgendwie kommt nachher raus, dass ihr Mann vielleicht noch da drin steckt. Und ja, wollte ich mich mal überraschen lassen. Das möchte ich definitiv auch dann jetzt bald lesen. Denn ich habe es mir schließlich gewünscht. Also wird es auch bald gelesen. Ja, mein Monat war so ein bisschen PC-lastig diesmal. Also eigentlich, ich habe einen Laptop, aber egal. Spiele-lastig. Weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der wirklich gerne so Computerspiele spielt. Ich bin so der typische Mensch, ach ja, mal ein bisschen Sims. Das war es dann aber auch schon, ehrlich gesagt. Aber irgendwie war mir mal ein bisschen langweilig, noch bevor ich mal eine Prüfung hatte. Und hatte einfach keine Lust auf Lesen oder auf Serien. Und habe dann zufällig das Spiel Life is Strange gefunden. Und das hat irgendwie mein ganzes Leben verändert, meine ganze Zeit eingenommen. Ich bin so verfallen in dieses Spiel. Das war ganz, ganz schrecklich. Denn Life is Strange ist so ein Entscheidungsspiel einfach. Man hat immer die Möglichkeit, sich zwischen verschiedenen Sachen zu entscheiden. Und je nachdem, wofür man sich entscheidet, so geht das Spiel dann auch weiter. Und eigentlich gar kein Spiel für mich. Denn ich hasse es, mich zu entscheiden. Wirklich. Wenn ich beim DM stehe, muss ich mich für Nagellack entscheiden. Oder ich muss mich entscheiden, in welches Restaurant wir jetzt essen gehen. Das ist für mich die Hölle. Ich kriege Schweißausbrüche und Panik hochziehen. Aber irgendwie fand ich das hier ganz gut. Vor allem habe ich in dem Spiel ja auch noch ein kleines Sicherheitsnetz, sage ich mal. Denn in dem Spiel geht es um Max. Und Max ist so eine ruhige Schülerin, die halt gerne fotografiert. Und die jetzt in Seattle war. Und jetzt wieder nach Jahren zurück in ihre Heimatstadt kommt, in diese Schule. Weil da so ein ganz toller Fotografenlehrer ist, wo sie unbedingt hin wollte. Und dann trifft sie natürlich wieder auf alte Bekannte und auf ihre alte beste Freundin. Wo sie sich jahrelang nie gemeldet hat. Und die stoßen alle wieder aufeinander. Und es passiert echt eine Menge Scheiße in diesem Spiel. Am Anfang dachte ich echt, wow. Es ist einfach nur so ein süßes Highschool-Spiel. So mit Highschool-Zickereien. Und ach, hier mal kleines Mobbing. Und da mal ein bisschen Skateboarden, Kiffen, keine Ahnung. Aber irgendwie wurde das total abgeredet und crazy. Und ich werde auch nicht sagen, was. Das solltet ihr schon selber herausfinden. Aber ich kann euch sagen, das Spiel, das hat mich gefühlsmäßig ganz nach unten gebracht. Ganz nach oben gebracht. Ich war so davon gefesselt, dass ich sogar noch das Let's Play von Gronkh geguckt habe. Weil ich wissen wollte, wie er sich entschieden hat. Was passiert, wenn man andere Wege geht. Und oh. Ich habe es wirklich total geliebt. Und habe mir deswegen auch Life is Strange Before the Storm gekauft. Das ist so ein Prequel, glaube ich. Also diese Vorgeschichte zu Life is Strange. Und da ist momentan erst Episode 1 online. Denn das ist auch das Schlimme. Das ist ein Episodespiel. Das heißt, es kommt immer in gewissen Abständen ein neuer Teil raus. Und ich habe jetzt Episode 1 gespielt. Und ja. Hat mich halt ein bisschen beansprucht. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel über ein Computerspiel gesprochen. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal zu meinen Serien weiter. Ja. Ich habe eine Serie jetzt beendet. Weil es keine weiteren Staffeln davon momentan gibt auf Deutsch. Und zwar Nashville. Nashville Staffel 4. Ich glaube, in jedem Lesemonat habe ich schon von Nashville gesprochen. Ist nichts mehr Neues. Country-Sendung. Finde ich cool. Gefällt mir. Auch wenn jetzt irgendwie Staffel 4, finde ich, noch mehr Drama irgendwie hat. Und mir auch so ein bisschen... Ich hatte das, glaube ich, so ein bisschen über. So minimal. Deswegen momentan ist halt jetzt erstmal vorbei. Kann ich ein bisschen durchatmen. Wenn irgendwann Staffel 5 auf Deutsch erscheint, kann ich ja weitergucken bei Prime. Aber jetzt erstmal ein kleiner Abschluss. Tschüss Nashville. Es war schön mit dir. Ja, aber auf Netflix haben wir jetzt auch endlich The Defenders geguckt. Und da habe ich ja auch schon so lange drauf gewartet. Weil The Defenders ist ja quasi sowas wie die Avengers. Also alle Superhelden, die da bei Netflix jetzt so eine Serie hatten für sich alleine, sind jetzt alle zusammen. Und das habe ich mir ziemlich interessant vorgestellt. Es war auch teilweise interessant. Aber ich fand, es war extremst langatmig, bis es überhaupt erstmal spannend wurde. Denn ich glaube, die ganze Staffel hatte nur acht Folgen. Und es hat, glaube ich, ungefähr schon drei bis vier Folgen gedauert, bis da überhaupt mal irgendwas passiert ist. Bis sie sich getroffen haben oder bis überhaupt ich ein bisschen interessiert war. Aber trotzdem fand ich die Geschichte natürlich toll. Und ich freue mich darauf, dass jeder hier Daredevil oder Jessica Jones da auch ihre nächsten Staffeln dann irgendwann haben. Und ja, ich mag das. Marvel, Superhelden. Yay. Vor allem liebe ich halt Daredevil und endlich konnte ich Daredevil mal wieder sehen. Ja, das Ganze bedeutet jetzt, die Serie, die ich immer für mich alleine zu Hause beim Nägelackier oder so geguckt habe, ist zu Ende. Und die Serie, die ich dann mit meinem Freund zusammen geguckt habe, ist beendet. Also heißt es, wir haben jetzt auch neue Sachen angefangen. Und ich habe auf Amazon Prime eine Serie geguckt, die ich eigentlich wahrscheinlich von alleine niemals geguckt hätte. Und zwar The Royals. Ich habe damals nur diese ganzen Teaser auf ProSieben gesehen, als das ja dann irgendwann mal lief. Und habe mir gedacht, was ist das bitte für eine Scheiße? Das muss ich mir echt nicht angucken. Aber irgendjemand hat davon so geschwemmt. Ich glaube, das war die Luisa. Also jemand, dem ich auf Instagram oder auf Snapchat folge. Ich glaube, sie war es zumindest. Und sie hat auf jeden Fall The Royals total gesuchtet auf Amazon Prime. Und ich habe es einfach mal probiert. Und ich habe die erste Staffel schon durch. Aber ich glaube, das waren auch nur so acht bis zehn Folgen erstmal in der ersten Staffel. Und da geht es um das britische Königshaus. Also beziehungsweise ein neues. Man muss sich das ganz utopisch von dem, was es wirklich gibt, abkoppeln. Und ja, die haben halt auch ihre ganzen Laster. Und auch mit Thronfolgestreit und Darnverbrechen und da Drogenprobleme und Party und Liebe. Eigentlich nicht das, wo ich dachte, dass ich darauf anspringe. Aber ich war irgendwie total drin. Abgesehen davon, dass ich total so ein Gossip-Girl-Feeling zwischendurch hatte. Und das war sowieso das Schlimmste. Ich und Synchronsprecher. Boah, was ich da immer rauskriege, das hier blow up my mind und so. Ich habe ja in Nashville geguckt, wo ja Hayden Penetier mitspielt. Und die Prinzessin von The Royals hat die gleiche Synchro-Stimme wie Hayden Penetier aus Nashville, was ich gesehen habe. Wo ich mir so dachte, die Stimme, die hast du doch gerade erst immer gehört. Und noch besser, es ist doch die gleiche Stimme, die Leighton Meester hat als Blair Waldorf in Gossip Girl. Also irgendwie passte das nämlich. Die haben so die gleiche Art so ein bisschen manchmal. Da war ich echt ganz durch. Und als ich dann mal gegoogelt habe, ob das überhaupt stimmt, dass das die gleiche Stimme ist, weil manchmal hat man ja so ein Haschmich, habe ich dann auch gesehen, dass es die gleiche Stimme, die Alex Johnson bei Insta-Star hatte und die gleiche Stimme, die Kat Dannings oder wie die heißt, bei Two Broke Girls hatte, die Max. Da-dam, da-dam. Und sogar Amber Riley, also die Mercedes aus Glee hat auch die gleiche Stimme. Also das ist echt eine Synchro-Sprecherin, die hat irgendwie immer all ihre Stimme drin. Ja, aber hat mir irgendwie gut gefallen. Ich glaube, die zweite und dritte Staffel, die könnte ein bisschen in die Richtung gehen, die mir nicht mehr ganz so zusagt von The Royals. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem den nächsten Monat, wenn ich mal Zeit habe, dann nochmal weiter reinschauen, denn es ist so eine Hassliebe. Ich finde es seltsam, aber ich will wissen, wie es weitergeht und finde es doch interessant. Guilty Pleasure. Ja, und zusammen wollten wir jetzt auf Netflix eine neue Serie starten und sind bei Sleepy Hollow gelandet, denn es sah sehr interessant aus und ich mochte auch den Film Donnie Depp sehr gerne. So die Geschichte vom kopflosen Reiter ist jetzt eigentlich genau meins. Also genau das Gegenteil zu The Royals gerade. Aber irgendwie komme ich nicht rein. Ich glaube, wir haben heute noch bis Folge 7 geguckt oder so von der ersten Staffel. Boah, ne, läuft. Aber ich werde nicht ganz warm und ich weiß nicht warum, weil die Geschichte ist ganz nett, aber ich habe irgendwie keine Bindung zu den Charakteren. Irgendwie bin ich noch nicht ganz drin und ich weiß nicht, ob das jetzt eine ganze Staffel braucht, bis ich ganz drin bin. Aber zum Nägel lackieren kann man es ruhig mal nebenbei laufen lassen. Ja, das waren auch schon meine Serien. Filme habe ich gar keine geschaut, doch gestern habe ich die Schadenfreundinnen gesehen auf Sat.1. Das war aber nur so zufälliges Gucken, eigentlich war das nicht eingeplant und ich merke, dass ich langsam so aus dieser Art von Humor, glaube ich, ein bisschen rauswachse. Ich glaube, früher mit 18 oder so, da habe ich nur solche Filme geguckt und jetzt sagte ich mir so, ach ja, auch vorhersehbar, ach ja, ach Gott, ist das doofer Humor. Aber ich fand es jetzt nicht ganz schlimm. Also ich habe schon schlimmere Filme jetzt gesehen, so Bad Moms oder so, fand ich da um einiges schlimmer. Ja, Schadenfreunde, Cameron Diaz, Kate Upton und irgendeine andere und die haben alle den gleichen Typen, mit der eine ist er verheiratet, mit der anderen macht er so rum und dann treffen die sich alle und wollen ihn da halt ein bisschen, ne, hier ein bisschen Rache üben. Boah, aber ansonsten, filmtechnisch war es eher mau. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber soweit wäre das mein Monat September. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich doch noch so viel zu labern bekomme zu den einzelnen Themen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, du hast gar nicht so viel gelesen, dann hast du auch gar nicht so viel zu erzählen, in fünf Minuten bist du durch. Nein, irgendwie habe ich, glaube ich, sehr viel bei Life is Strange gelabert und bei den Serien. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes, ein bisschen ausgeholter. Mein Monat erweitert sich. Und dann gucken wir mal, wie viele Serien ich sehe dann im Oktober und auch wie viele Bücher ich im Oktober lese. Und wie immer könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, ob ihr eins von diesen Serien gesehen habt oder eins von diesen Büchern gelesen habt. Können wir uns ein bisschen austauschen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!